Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Jahresrückblick 2020 und hier zum Thema Küche und Haushalt. Wir schauen uns in dieser Sendung an, welches denn die beliebtesten Haushaltshelfer bei Ihnen waren und zwar in einer von uns bzw. von Ihnen durch Ihre Bestellungen zusammengestellten Top 10. Viele Kleinigkeiten, die den Haushalt erleichtern, aber auch vielleicht größere Anschaffungen, die langfristig für wesentliche Erleichterungen sorgen. Schauen wir uns an, was in den Top 10 gelandet ist und deshalb lange Rede, kurzer Sinn, hier ist Ihr Platz Nummer 10. Ja, ein absoluter Volltreffer, denn gesunde Ernährung oder zumindest kalorienreduzierte Ernährung und das kinderleicht gemacht für jedermann, so könnte man das doch umschreiben, oder? Ja, es ist unsere XXL Heißluftfritteuse und ich liebe sie jetzt. Es ist ein Gerät für alles und vor allen Dingen für Menschen, die eigentlich nicht so richtig kochen können, backen können, denen man so ein bisschen unter die Arme greifen muss. Ich zähle mich übrigens auch dazu, also das ist hier was ganz Fantastisches, denn hier haben Sie ein Gerät für alles, denn dieses Gerät denkt für Sie mit. Hier haben Sie jetzt nämlich in dieser XXL Heißluftfritteuse 18 Programme, die es mir ermöglichen, fettfrei zum Beispiel zu frittieren, wie wir das hier gerade sehen, durch den Frittierkorb, dreht sich übrigens auch und hier wird das Ganze natürlich super knusprig und frisch zubereitet, denn hier stellen Sie einfach Ihr Wunschprogramm ein und dann entscheidet die Heißluftfritteuse für Sie, welche Zeit und vor allen Dingen auch welche Temperatur und das heißt, Sie können eigentlich einfach nur, was Sie zubereiten möchten, einfach nur in die Heißluftfritteuse packen, den Rest erledigt die Heißluftfritteuse für Sie. Wir können uns nachher auch mal durch die Programme hier durchgehen, weil da findet man eine ganze Menge, hier eben genannt die Pommes, dann haben wir Steak, Fisch, Shrimps, Pizza, Sie können sogar auftauen, Sie können Kuchen backen, Sie können natürlich aber auch Plätzchen backen, Sie können aber jetzt zum Beispiel auch dehydrieren, also ein Dörrofen ist es zeitgleich auch noch und so ein Dörrofen kostet ja allein schon um die 150 Euro, das ist ja alles für Sie mit dabei und natürlich auch jede Menge Zubehör, das zeigen wir Ihnen dann auch gleich nochmal, aber es ist einfach ein Highlight für diesen Preis, ich muss immer wieder sagen, ich bin verliebt, weil hier hast du ein Gerät, du brauchst keinen Backofen mehr, du musst nichts irgendwie vorheizen, es ist einfach genial. Also auch bestens geeignet für Single-Küchen oder für WG-Zimmer, da hat man plötzlich eine komplette Küche und das ist nicht nur eine Heißluftfritteuse, sondern natürlich auch ein Umluftofen und das im XXL-Format, also riesengroß, nur eins ist klein und das ist der Preis, 110,44 Euro und das ist der Preis, weil man spart ja nicht nur Kalorien, sondern man spart ja auch bares Geld, weil man weniger Energie braucht. Richtig, Sie müssen ja eben nicht mehr vorheizen, zum Beispiel wie beim normalen Backofen, da muss man ja mindestens 10 bis 15 Minuten vorheizen, gerade wenn man zum Beispiel Brötchen aufbacken möchte oder aber auch Plätzchen backen möchte, weil auch das geht mit diesem einem Gerät, aber eben ohne Vorheizen. Und wenn Sie jetzt nicht wissen, wie viel Grad und wie lange müssen wir meine Plätzchen backen, dann haben Sie hier eben diese voreingegebenen Programme, ja, da stellen Sie das dann hier einfach ein und alles, was Sie dafür brauchen, bekommen Sie heute mit. Sie haben hier das Backblech, Sie haben natürlich aber auch den Frittierkorb, Sie haben aber auch den Spieß, zum Beispiel wenn Sie ein Hähnchen machen möchten, weil durch dieses gleichmäßige Drehen wird das Ganze auch super lecker und knusprig und bleibt saftig und eben von allen Seiten schön braun. Ja, und was ich auch liebe, ist so ein Hähnchenspieß, also da drin können Sie auch Hähnchen machen und die werden wie beim Profi eigentlich laufend gedreht. Da sehen wir nochmal das komplette Zubehör, alles im Preis mit drin und das ist also wirklich ein Haushaltsgerät, welches erstens mal schick designt ist und auch uns Männern es möglich macht, hier wirklich alle Arten von Zubereitungen zu entdecken, weil es ist, und das sage ich gerne so direkt, idiotensicher, oder? Ja, es ist wirklich idiotensicher und es ist super schick, es findet auch in der Küche Platz, selbst wenn Sie eine kleine Küche haben, einen Single-Haushalt, weil man braucht hier nur noch ein Gerät, Sie brauchen theoretisch keine Mikrowelle mehr, keinen Backofen, Sie können hier natürlich auch auftauen, man kann hier mit alles machen und zubereiten, Sie brauchen keine Fritteuse mehr, keinen Dörrofen, das ist ein Gerät, was zum Beispiel Obst und Gemüse schonend zubereitet und trocknet, also wie sonnengetrocknet, also wichtige Vitamine und Nährstoffe bleiben hier erhalten und das spart natürlich auch jede Menge Platz in der Küche und man ernährt sich auch wieder bewusster und ich glaube, wir alle sollen jetzt unser Immunsystem stärken, Sie haben das in den Medien verfolgt oder Sie nutzen es eben auch jetzt, wenn die Familie Weihnachten zu Besuch kommt, im Kleinrahmen natürlich, dass man hier auch mal schnell was zubereitet, ohne dass man ständig in der Küche stehen muss, währenddessen der Besuch da ist. Ich meine, 12 Liter, da kann man auch eine Menge zubereiten, zumal Sie ja hier auch aus mehreren Etagen arbeiten können. Ja, ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer, die NX4861 und die 569. Der Preis phänomenal günstig, 110,44 Euro. Wenn man bedenkt, dass man oftmals für eine reine Heißluftfritteuse schon über 100 Euro bezahlt, dann ist das natürlich herausragend und eben hier die Zubereitung ein Kinderspiel. Und was ich natürlich noch im Vergleich zu einer Fritteuse unglaublich liebe, ist, wenn du frittierst im Fett. Erstens mal sind viele Kalorien und Fett drin und auch die ganze Wohnung riecht dann nach dem Frittierfett. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir nur den Geruch nach dem, was Sie gerade machen, zubereiten. Ob das ein Hähnchen ist, ob das Bommes, Kroketten sind oder ob es vielleicht Gemüse oder Obst ist, all das ist möglich. Sieht schick aus, passt mit Sicherheit auch in jeden Haushalt. Und wir hatten auch Zuschriften, dass viele ein solches Gerät mitnehmen auf den Campingplatz. Dann haben sie nämlich einen kompletten Herd im Prinzip, also einen kompletten Ofen und eine Fritteuse. Und auch auf dem Campingplatz will man ja vielleicht mal ein bisschen kulinarisch sich verwöhnen. Das funktioniert besonders. Und gerade in dieser Zeit, das, was Anne gerade gesagt hat, kalorienbewusste Ernährung, sehr, sehr wichtig. Denn wir alle haben jetzt in dieser Situation, glaube ich, ein paar Grämmchen zugenommen. Das hat jeder schon mal gemerkt, so an den Bauch gefasst. Oh, zu wenig Bewegung. Und dann ist natürlich gut, man sollte sich wieder mehr bewegen, aber auch vielleicht ein bisschen Kalorien reduziert essen. Das geht mit dieser Heißluftfritteuse bzw. mit diesem XXL Umluftofen. Noch einmal für Sie die Bestellnummer von unserem Platz Nummer 10. Das ist die NX 4861 und die 569. Und hier sehen wir nochmal das komplette Zubehör, alles, was dabei ist. Also Sie sehen, kulinarisch geht's los. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier ist ihr und unser Platz Nummer 9. So, und jetzt wird's tierisch, denn hier haben wir einen kleinen Delfin, der auch in Ihrem Haushalt nicht fehlen sollte. Ja, das ist ein ganz besonderer Delfin, denn der öffnet Ihre Dosen. Sie alle kennen das Problem, man hat eine Dose zum Beispiel mit Obst oder Gemüse, so Konserven, ne? Und wenn man die öffnet, dann ist zum einen natürlich der Deckel erstmal hinüber. Das heißt, wenn man nicht alles braucht, ist dann das Problem, dass man den Deckel eben nicht wiederverwenden kann. Und auch ganz häufig, und ich kann davon ein Lied singen, dass man sich auch mal schneidet an diesen Deckel. Dieser Delfin, der macht Folgendes für Sie. Der öffnet nicht nur die Dose, also man setzt ihn einfach nur auf. Er öffnet nicht nur die Dose, sondern er verarbeitet ihn auch gleichzeitig weiter als wiederverwendbaren Deckel. Das heißt, er rundet die Kanten ab, so damit sie nicht mehr scharf sind. Und dann können Sie den Deckel immer wiederverwenden. Und das ist natürlich auch schön jetzt, wenn man auch so ein bisschen an die Umwelt denkt. Man muss jetzt nicht jedes Mal immer noch mal es umfüllen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Dose mit Obst hat und das nicht alles auf ist, dann muss man das nicht erst wieder in eine Büchse umfüllen, sondern man lässt es in dieser Dose drin. Und der Delfin, der fährt es dann einmal herum um diese Büchse und macht dann eben den Deckel wieder oder verarbeitet ihn schön sauber, damit Sie sich nicht mehr schneiden können. Genial, oder? Ja, das ist richtig genial im Haushalt. Aber ich denke jetzt auch an Tiernahrung. Also Hunde- und Katzenfutter oftmals sind Dosen. Wenn man das aufmacht, dann braucht man nur ein Drittel oder die Hälfte. Und der Rest steht dann so halb geöffnet. Erstens mal im Sommer kommen die Fliegen wie blöd und es riecht doch nicht so angenehm. Nehmen Sie diesen Dosenöffner. Auch wenn Sie einen Schnellverschluss haben, dann machen Sie es einfach auf der anderen Seite auf. Weil dann ist diese Dose immer wieder verschließbar und das auch geruchsneutral dann. Also eine Riesenhilfe und vor allem auch sicher, weil eben das, was du gesagt hast, keine scharfe Kanten mehr und es geht so spielend einfach. Sie müssen nicht mal, also Sie legen es drauf und schalten ihn ein. Dann brauchen Sie es nicht mal mehr in der Hand behalten. Es ist so toll. Batteriebetrieben, also auch keine Kabel in der Nähe und der Preis ist auch gigantisch. Also das zahlt man normalerweise für einen mechanischen Dosenöffner, der dann scharfe Kanten macht. Schauen Sie mal, hier, keine Hand in der Nähe. Da macht alles von allein und das für 13,18 Euro. Und wenn wir jetzt gleich den Deckel sehen, werden Sie sehen, der ist ohne jegliche scharfe Kante. Also überhaupt keine Gefahr mehr, dass Sie sich schneiden. Und natürlich der Zusatzeffekt noch. Wir haben einen wiederverschließbaren Deckel. Also wenn man nicht alles auf einmal braucht, dann kann man es einfach wieder verschließen. Die Bestellnummer für unseren Delfindosenöffner, unseren Sicherheitsdosenöffner, das ist die NC 2930 und die 569. Und das finde ich am allerschönsten. Du musst wirklich gar nichts mehr machen. Nicht mal den Delfin in der Hand halten. Er sucht sich seinen Weg um die Konservendose, um diese dann zu öffnen. Also mein Tipp auch für Tierbesitzer, Hundefutter, Katzenfutter aus Dosen, öffnen Sie es nur mit dem, dann ist Ihre Dose wiederverschließbar. Im Sommer noch wichtiger, weil sonst immer die Fliegen kommen. Und viele stellen auch halb geöffnete Tierfutter in den Kühlschrank. Dann riecht der ganze Kühlschrank. Ist auch nicht so gut. Also das ist für mich die absolute Perfektion. Und wenn Sie so selbst öffnende Dosen haben, also mit dieser Lasche, die ist auch schon mal abgebrochen, hat jeder schon mal erlebt. Und dann kann man eigentlich nur noch Hammer und Meisel nehmen zum Aufmachen. Nein, nehmen Sie diesen Dosenöffner. Der ist einfach zu bedienen, sicher und vor allem etwas, was in jedem, meiner Meinung nach, in jedem Haushalt gehört. 13,18 Euro, Ihr TV-Sonderpreis für unseren Platz Nummer 9, den Dosenöffner, den Sicherheitsdosenöffner. Und noch mal die Bestellnummer für Sie, die NC 2930 und die 569. Wenn Ihnen was gefällt, noch ein kleiner Tipp, sofort anrufen, weil die Nachfrage ist im Moment unglaublich hoch. Wir haben viele, viele Zuschauer, die jetzt eben zu Hause sind und dementsprechend müssen Sie schnell sein. Und das gilt mit Sicherheit auch für Ihren Platz Nummer 7. Jetzt hätte ich doch fast die 8 unterschlagen und die ist ganz, ganz wichtig für alle Weinliebhaber. Ja, Nummer 8 ist sehr, sehr wichtig. Weihnachten verschenkt man, vielen Dank, ja auch ganz gerne mal eine gute Flasche Rotwein oder Weißwein, je nachdem, was Sie gerne mögen. Und dieses Jahr würde ich an Ihrer Stelle nicht die Flasche einfach nur so nackig verschenken, sondern mit einem wunderschönen Korkenzieher. Sieht erstmal gar nicht aus wie ein klassischer Korkenzieher, ich weiß. Es ist was ganz Besonderes, denn es ist ein elektrischer Korkenzieher, hat hier diesen Standfuß. Und der nimmt jetzt eben den Korken von der Weinflasche, zieht er automatisch heraus. Man steckt es praktisch hier auf den Flaschenhals und dann einfach nur einschalten und dann zieht das Gerät den Korken automatisch raus. Ich finde, das ist super edel, sehr stilvoll. Ich dachte am Anfang, es ist eine Salz- und Pfeffermühle, bis ich dann eben erfahren habe, dass das hier von Rosenstein und Söhne unser Korkenöffner ist. Und dann auch noch mit diesem Standfuß, also das ist richtig edel, was ganz Besonderes. Und wie gesagt, wenn man auch irgendwo dann zum Kaffeekränzner eingeladen ist, vielleicht noch eine Flasche Rotwein mitbringen möchte, da darf so ein Korkenzieher nicht fehlen. Und die meisten guten Rotweinflaschen, die haben eben noch einen Korkenzieher, eben nicht dieses Klassische zum Schrauben, sondern einen Korken. Und da finde ich das eben schön, dass man das hier stilvoll und elegant, weil normalerweise muss man ja immer mit Gewalt und so drehen und drücken und meistens macht man dann den Korkenloch kaputt. Also so geht mir das jedenfalls. Und hier macht es das Gerät für Sie, unser elektrischer Korkenzieher und das für ganz kleines Geld. Ja und er hat es geschafft aus unserer 10 Euro Überraschungsshow. Da war die Nachfrage so riesengroß. Wir haben nochmal ein Sonderkontingent bekommen und davon können Sie jetzt auch profitieren. Und nochmal für 10 Euro, solange der Vorrat reicht, aber als Weintrinker oder an jemand als Geschenk für einen Weintrinker ist das natürlich perfekt. Mal was anderes und vor allem länger haltendes als einfach nur eine Flasche Wein und 10 Euro wirklich der absolute Hammer. Akku betrieben, also Sie müssen nicht mal Batterien oder ähnliches kaufen und so einfach und ohne Kraftaufwand war es noch nie, eine mit Kork verschlossene Weinflasche zu öffnen. Die Bestellnummer für unseren elektrischen Korkenzieher, das ist die NX6180 und die 569. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung und die halte ich für sehr realistisch von 30 Euro. Aber hier jetzt und heute exklusiv für Sie als TV-Zuschauer gerade mal 10 Euro unbedingt zuschlagen. Sie dürfen hier auch bis zu 5 Stück bestellen. Ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, da würden sich auch mehrere Weintrinker drüber freuen, wenn sie das zu Hause haben und dann problemlos jederzeit Weinflaschen öffnen können. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu Platz Nummer 7. Ja, und das ist das Richtige für alle Hobby und ich möchte auch sagen Profiköche, denn zum richtigen Arbeiten und das gilt in jeder Situation, gehört auch das richtige Werkzeug. Und jetzt haben wir das perfekte, so möchte ich es mal bezeichnen, perfekte Werkzeug für Köche. Also allein schon die Kiste, die Sie nach Hause bekommen, es ist ein Highlight. Also so fertig verpackt kommt es zu Ihnen nach Hause. Jetzt wollen Sie natürlich auch wissen, was es ist. Ich öffne mal hier unsere kleine Schatztruhe. Schauen Sie mal, unser Dreier-Set unserer handgefertigten Messer und Sie sehen das schon auf den ersten Blick, das ist was ganz, ganz Besonderes. Denn hier haben Sie hochwertigste Verarbeitung, Sie haben hier den Echtholzgriff und Sie haben hier eben diese super scharfen Stahlklingen. Drei verschiedene Messer. Ja, Sie lesen richtig, für den Preis bekommen Sie drei dieser Messer. Hier haben wir natürlich erstmal das Nakiri-Hackmesser, was natürlich auch gerne genommen wird, wenn man Kräuter frisch hacken möchte oder zum Beispiel auch Nüsse oder Pfeffer, was auch immer Sie gerne hacken möchten. Dann natürlich hier dieses Messer, wenn Sie tranchieren möchten, wenn Sie auch zum Beispiel etwas ganz, ganz dünn filetieren möchten. Oder hier, das ist für mich so das Allzweck-Messer, auch das super edel gemacht. Die hochwertigste Verarbeitung, Sie sehen das hier schon. Und ganz ehrlich, ich würde lieber drei gute, scharfe Messer haben als so ein Sammelsorium zu Hause, vielleicht noch mit einem Plastikgriff. Also das ist auch was, die benutzt man gerne, weil gerade so Messer sind ja unfassbar teuer. Man kann ja für ein gutes Messer schon alleine 50 Euro ausgeben für ein Messer, ne? Ja, hier kommen wir auch von einer unverbindlichen Preisempfehlung von weit über 100 Euro. Kein Wunder, handgefertigt, dann afrikanisches Rosenholz, also Echtholz in den Griffen. Hier noch ein kleiner Tipp, wenn Sie sich die kaufen, bitte nicht in die Geschirrspülmaschine werfen. Solche hochwertigen Messer, die spült man einfach unter heißem Wasser ab und dann hat man sehr lange Freude dran. Und sie sind unglaublich scharf. Damit macht auch dem Hobbykoch das Kochen wesentlich mehr Spaß. Das dreiteilige Set und genau so, wie Sie es gerade gesehen haben, kommt es auch zu Ihnen, hat die Bestellnummer NC 2859 und die 569 und kostet gerade mal 37,48 Euro. Und zwei Albträume sind es, wenn man halbstumpfe Messer hat. Einmal Tomaten, da machst du Tomatensuppe statt Tomatensalat. Ja, und dann Zwiebeln. Wenn du Zwiebeln nicht mit scharfen Messern schneidest, drückst du ja den Saft raus und dann hat man eben unglaubliche Tränen in den Augen. Ich glaube, hat jeder auch schon mal von Ihnen gespürt. Und mit scharfen Messern umgeht man das weitestgehend. Erstgehend, da bin ich sicher, 37,48 Euro, Ihr TV-Sonderpreis für nur exklusiv für Sie als PerlTV-Zuschauer. Und das ist wirklich etwas ganz Tolles, ist auch ein tolles Geschenk. Und wenn Sie jetzt sagen, Messer verschenkt man nicht, lassen Sie es sich einfach vom Beschenken mit einem Cent bezahlen. Dann ist auch dieser Brauch hier eben weg. Und wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung, müssen wir noch mal erwähnen, von 170 Euro. Und jetzt für Sie, für 37,48 Euro. Und so macht das Kochen doppelt Spaß, oder? Auf jeden Fall. Also ein gutes Messer ist so viel wert. Schauen Sie mal, wie hier die Kräuter gehackt werden. Normalerweise bei einem stumpfen Messer würden die ätherischen Öle rauslaufen. Aber hier, Mensch, Wahnsinn, da sind Sie ab sofort der Profikoch. Also werden Sie Profikoch mit unserem dreiteiligen Messerset. Noch einmal für Sie, liebe Stellnummer, die NC 2859 und die 569. Und noch mal der Preis ist unglaublich günstig. 37,48 Euro für diese hochwertigsten handgefertigten Messer. Das war unser Platz Nummer 7. Aber ich bin mir sicher, dass auch die nächste Platzierung für jeden Haushalt günstig ist und unbedingt gebraucht wird. Hier ist Ihr Platz Nummer 6. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit hat jeder, glaube ich, Kerzen im Haushalt. Und jeder hat sich auch schon mal die Finger übelst verbrannt beim Kerzen anzünden. Damit ist ab sofort Schluss. Ja, nämlich mit unserem Stabanzünder. Und jeder kennt dieses leidige Thema, das viel zu kurze Feuerzeug, was dann auch ständig irgendwie ausgeht. Gerade wenn man sich vielleicht eine Zigarette anzünden möchte, wenn man draußen ist und es kalt und windig. Und jetzt schauen Sie mal hier. Das ist unser Stabanzünder. Also was ganz, ganz Besonderes. Das ist zum Beispiel auch jetzt nützlich, wenn Sie einen Elektroherd haben oder einen Gasherd vielmehr. Und jetzt schauen Sie mal. Hier sehen Sie jetzt gleich diesen Lichtbogen. Sehen Sie das? Und das sorgt jetzt eben dafür, dass es, man nennt das auch Sturmfeuerzeug, dass es nicht so einfach auszupusten ist. Aber durch diese lange Form kommen Sie zum Beispiel auch ganz gut jetzt mal an so ein Teelichtglas heran, ohne sich die Finger zu verbrennen. Und das Gute, Sie können diesen Stabanzünder immer wieder aufladen. Das heißt, man muss jetzt nicht wie die Feuerzeuge die jedes Mal wegwerfen, sondern man kann sie jedes Mal wieder aufladen. Und das schont natürlich auch Umwelt und Geldbeutel. Das auf jeden Fall. Und es ist ein 100% elektrisches Feuerzeug. Durch diesen Lichtbogen oben zwischen den Polen ist es ganz, ganz einfach, auch Kerzen anzuzünden. Ich habe mir den übrigens gekauft, nicht für Kerzen, sondern für meinen offenen Kamin. Weil wenn ich den offenen Kamin mal anmache, muss ich auch Holz. Und dann kommt ja so ein Grill- oder Holzanzünder unten rein. Und wenn du da dann hingehst mit dem normalen Feuerzeug, da habe ich mir auch schon oft den Daumen verbrannt. Und deshalb habe ich mich für diesen Stabanzünder entschieden. Also auch das geht dann wesentlich einfacher. Aber egal, was Sie anzünden wollen, machen Sie es mit diesem Stabanzünder. Der sieht toll aus. Der ist 100% elektrisch. Also immer wieder nachzuladen. Das ist kein Wegwerfartikel. Und er kostet gerade mal 12,23 Euro. Also das würde ich allen, die Kerzen und vielleicht auch eben in so Gläsern oder auch Teelichter zu Hause haben, unbedingt ans Herz legen. Gasöfen wurden genannt. In der Gastronomie ist sowas übrigens auch sehr, sehr beliebt. Und von mir noch der persönliche Tipp, wenn Sie einen offenen Kamin haben, den Sie ab und zu mal nutzen, Sie werden sehen, mit diesem Stabanzünder geht auch hier das Anzünden wesentlich leichter. Der Preis für Sie 12,23 Euro. Und die Bestellnummer für unseren elektrischen Stabanzünder ist die NX 9440 und die 569. Und da reinzukommen, sonst mit einem normalen Feuerzeug, ist eigentlich unmöglich ohne Verbrennungen. Hier wird es möglich. Und Sie sehen, wie einfach und schnell und präzise das dann geht. Also meiner Meinung nach gehört das auch in jeden Haushalt. Also das war unser Platz Nummer 6 und damit haben wir schon die Hälfte. Und die erste Hälfte, die kommt jetzt. Platz Nummer 5. Und auch hier habe ich schon immer gesagt, gehört eigentlich in jeden Haushalt. Und jetzt muss ich das noch ein bisschen korrigieren, weil in der jetzigen Zeit, in der Situation, die wir alle kennen, muss das eigentlich in jeden Haushalt, oder? Ja, unbedingt. Das braucht jeder, denn jeder, alle atmen, nehme ich mal an, ja. Und da ist es natürlich umso wichtiger, die Luft, die wir einatmen, mal darüber zu reden. Denn was Sie jetzt nicht sehen in Ihrer Luft, die Sie einatmen, sind Schimmelspuren, Bakterien, Viren. Und nur weil wir die jetzt nicht sehen, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Sie atmen die ein und das ist eben ganz, ganz gefährlich. Wir müssen gute, qualitativ sehr gute Luft einatmen. Und das macht dieser Luftreiniger. Und erstmal sieht er super schick aus. Hier, der macht nämlich folgendes. Durch seinen Edelstahlfilter und hier natürlich seinen HEPA-Filter, filtert er jetzt hier Schadstoffe aus der Luft heraus. Sie sehen das hier schon, diesen Edelstahlfilter. Das heißt, um es mal einfach zu erklären, hinten wird die verunreinigte Luft hineingezogen und kommt dann vorne gereinigt wieder heraus. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip, was Sie hier mit auf den Weg bekommen. Und das Besondere aber an diesem Luftreiniger ist, der hat noch ein eingebautes UV-Licht. Ich zeige Ihnen das mal. Vielleicht sehen Sie das hier an der Seite. Dieses blaue Licht, das ist UV-Licht. Und das tötet jetzt eben Bakterien, Viren und Keime. Da sieht man es hier schön. Ich schalte es Ihnen nochmal aus, damit Sie den Unterschied sehen können. Und das ist eben was ganz, ganz Besonderes hier für diese Preiskategorie, weil gerade jetzt ist es natürlich wichtiger denn je, dass wir uns auch darüber Gedanken machen. Und überhaupt Viren und Bakterien, die möchte man ja nicht in der Wohnung haben. Aber hier, das ist eben das Tolle. Sie haben das UV-Licht, aber Sie haben auch den Luftreiniger und den Ionisator. Und hier wird jetzt eben die Raumluft nicht nur gereinigt, sondern zum Beispiel auch, wenn Sie gekocht haben, wenn sehr viele Gerüche in der Luft sind, dann wird hier der Geruch eliminiert, ohne jetzt irgendwie die Raumluft zu übertünschen. Und das ist eben was ganz, ganz Besonderes. Und Sie haben hier sogar noch die Möglichkeit, ätherische Öle einzufüllen. Man hat hier eben ein kleines Aromafach. Wenn man zum Beispiel sagt, Weihnachten, da darf es ein bisschen nach Zimt riechen oder ich möchte den gerne im Schlafzimmer stehen haben, da darf es auch mal etwas Beruhigendes sein wie Lavendel. Also für den Preis ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Ja, und was ich natürlich auch noch der Wahnsinn finde, ist erstens mal, dass er so gut wie geräuschlos ist. Man hört ihn so gut wie nicht und fast keinen Strom braucht. Und das möchte ich auch noch mal in Zahlen ausdrücken. 13 Watt, das werden wir also auf keinen Fall spüren. Und gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger. Im Frühjahr kommt dann noch was dazu. Die Pollen, da wissen alle die Heuschnupfnamen, wovon ich spreche. Und dann kann man sich wenigstens zu Hause eine Wohlfühloase schaffen. Einfach einschalten und die Luft wird gereinigt. Nochmal, auf drei Arten und Weisen. Nämlich einmal durch den Ionisator, da werden Anionen in dem Raum verteilt. Dann durch den elektrostatischen Edelstahlfilter, der praktisch alle größeren Schadstoffe wie ein Magnet ansaugt. Den kann man auch immer waschen. Und ganz wichtig, das UV-Licht. Und wie wirksam UV-Licht ist, muss eigentlich fast jedem klar sein. Weil zum Beispiel auch in der Wasseraufbereitung wird heutzutage UV-Licht zur Reinigungsinstanz genutzt. Also das ist etwas, was wirklich heutzutage mehr denn je in keinem Haushalt fehlen darf. Und den Preis finde ich auch sehr, sehr human. 56 Euro und 44 Cent, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und dann sprechen wir natürlich auch nochmal über das Aussehen. Ich finde auch das Design ausgesprochen schick. Ja, der ist super schick. Also kann man auch gerne im Wohnzimmer stehen haben. Wobei ich ja sagen muss, ich würde den überall platzieren. Wohnzimmer, Schlafzimmer, eben überall dort, wo man atmet. Und das ist wichtiger denn je. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, im Sommer hat man ja auch ständig die Fenster auf. Aber jetzt lüftet man weniger. Aber gerade auch Sommer, selbst wenn Sie da viel das Fenster aufhaben, dann kommen die Pollen hinein. Und die hat man ja dann auch in der Wohnung, in den Haaren, in der Kleidung. Die schweben in der Luft. Und auch hier können Sie natürlich effektiv dagegen vorgehen. Also ein effektiver Luftreiniger zum kleinstmöglichen Preis, unsere Platz Nummer 5. Die Bestellnummer für diesen Luftreiniger ist die NX6159 und die 569. Und nochmal elektrostatischer Filter, Ionisator und UV-Filter oder UV-Licht zum Reinigen. Das ist also wirklich dreifache Luftreinigung. Und wir kommen hier auch von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 120 Euro. Für Sie heute der TV-Sonderpreis, ganz exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Gerade mal 56,44 Euro. Und früher habe ich immer gesagt, könnte in jedem Haushalt stehen. Heute bin ich der Meinung, muss in jedem Haushalt stehen. So, aber es geht weiter. Wir nähern uns dem Treppchen. Aber vorher kommt erst noch Platz Nummer 4. Ja, und wir wissen alle, Hausarbeit ist ein notwendiges Übel. Aber wenn wir da Helfer bekommen, die uns das notwendige Übel erheblich erleichtern, dann sagen wir alle, jawohl, will ich haben. Und genau so wird es Ihnen gehen bei diesem Gerät. Und wenn Sie an Wischmob denken, da denkt man auch automatisch an einen schweren Wassereimer und eben so einen ollen Wischmob, wo man dann so ein Reinigungstuch hat, was man ständig ausbringen muss und wo man dann vielleicht auch auf alle vier kriechen muss, damit man den Boden überhaupt richtig sauber bekommt. Schauen Sie mal, das ist die Revolution. So sieht der moderne Wischmob aus. Und das ist so genial. Es ist ein Highlight, denn der macht alles für Sie. Der arbeitet mit Rotation. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen, weil das ist einfach nur genial. Sie nehmen sich einfach eine Reinigungsflüssigkeit Ihrer Wahl. Es gibt Menschen, die reinigen gern mit Apfelessig. Dann gibt es Menschen, die schwören auf irgendeinen Hersteller XYZ. Egal was. Hier ist nämlich eine Halterung dafür vorgesehen. Da packen Sie Ihr Lieblingsreiniger hinein. Und dann befeuchten Sie einfach, ich gehe mal dazu hier runter, befeuchten Sie einfach nur die Reinigungspads. Sie bekommen nämlich einmal Reinigungspads und Polierpads gratis mit dazu. Die kann man hier ganz einfach ablösen. Die halten per Klettverschluss, sind übrigens auch allesamt waschbar. Die empfehle ich, wenn Sie Echtholzboden haben. Die sind nämlich ganz, ganz sanft. Und die haben so einen angerauten Fließstoff. Eignet sich hervorragend zum Beispiel für gröbere Verschmutzung. So, jetzt nehmen Sie einfach Ihren Lieblingsreiniger, geben da ein bisschen was auf die Pads hinzu. Und das war's. Und jetzt achten Sie mal hier drauf, wenn ich den einschalte. Schauen Sie mal. Der arbeitet nämlich mit 70 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, der ist nicht nur wie so ein klassischer Wischmob, sondern der poliert auch noch gleichzeitig 70 Umdrehungen pro Minute. Und dann kommen Sie hier wirklich spielend einfach auch mal um die Kurven herum. Denn damit macht es wirklich Spaß. Sie kommen unter Tische, unter Betten. Man muss nicht mehr mit den Knien auf den Boden rumkriechen. Es ist eine enorme Erleichterung. Und apropos Erleichterung. Der ist auch sehr, sehr leicht. Also der wiegt nicht mehr mehr ein Kilo. Also ich kann den hier sogar mit einem Finger anheben. Und hat eine Akkulaufzeit von einer Stunde. Auch das ist natürlich ein Highlight. Also eine Stunde lang putzen. Ja, und schon allein, dass keine Kabel dran sind. Also dass er akkubetrieben ist, finde ich einen Riesenschritt nach vorne. Bad, Toilette. Also gerade um die Toilettenschüssel kommt man, ohne sich runterbücken zu müssen. Und jetzt mit einer Intensität, die man von Hand wohl kaum schaffen kann. Du hast es gesagt, 70 Umdrehungen pro Minute. Versuchen Sie das mal händisch zu machen. Und auch an Kanten, Unterbetten oder wo auch immer, wird jetzt eben richtig effektiv gewaschen. Und das geht eben richtig schnell. Und gerade in dieser Zeit sollten wir natürlich eben auf eine Grundsauberkeit achten. Und dementsprechend vielleicht auch ein- oder zweimal mehr putzen. Aber mit diesem akkubetriebenen Wischmob ist das ja kein Problem. Und schauen Sie mal, wie ich hier auch spielend einfach Kurven fahren kann. Also eigentlich muss ich hier gar nicht viel machen. Das macht ja hier unser akkubetriebener Wischmob für uns. Und er wischt nicht nur, er poliert auch gleichzeitig noch in einem Arbeitsschritt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel gröbere Verschmutzungen habe, dann wechsle ich ganz einfach hier die Pads. Ich schalte ihn aus. Wie gesagt, eine Akkuleistung kommt bis zu einer Stunde. Die mache ich jetzt weg, die kann ich waschen und setze jetzt hier meine neuen Pads auf. Also Sie sehen, es ist spielend einfach, auch hier durch dieses Kugelgelenk. Ich komme eben überall hin. Auch da wieder ein bisschen Ihre Lieblingspolitur drauf geben. Dann ohne mich zu bücken und meine Hände schmutzig zu machen, einmal hier drauf treten und dann geht es weiter. Also wie gesagt, wenn man an Wischen denkt und Polieren, dann denkt man immer auf allen Vieren herumkriechen mit einem schweren Wassereimer. Aber sieht das schwer aus, ganz ehrlich, das ist doch der Hammer, oder? Der Hammer und eine enorme Erleichterung zum kleinstmöglichen Preis. 37,48 Euro war übrigens, nachdem wir Ihnen das allererste Mal vorgestellt hatten, sofort ausverkauft und auch jetzt immer noch sehr gefragt. Aber auch hier, die Bestellvorkommen sind gerade außergewöhnlich hoch. Das heißt, auch dieses wunderbare Produkt könnte bald wieder ausverkauft sein. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit. Es ist jetzt im Moment noch lieferbar. Unser akkubetriebener Wischmob. Und so einfach war es eben noch nie, Hartböden zu reinigen. Und ich glaube, der Großteil ist heutzutage Hartböden. Ob das Parkett ist, ob das Laminat ist oder natürlich auch Stein- oder Fliesenböden. Gerade Bad und Toilette werden eben ein Kinderspiel. 37,48 Euro, unser TV-Sonderpreis für Sie. Und die Bestellnummer für unseren Akku-Wischmob, das ist die NX1496 und die 569. Eine enorme Erleichterung im Haushalt, im alltäglichen Haushalt. Und da werden sich jetzt auch unsere ersten drei Plätze drum drehen. Erleichterung, mehr Lebensqualität, weniger Anstrengung. Platz Nummer drei. So, und wer jetzt überhaupt nicht mehr selber staubsaugen oder wischen will, für den haben wir jetzt die Lösung. Vielen Dank. Ja, die kleine, leise und unauffällige Haushaltsfee und ich liebe ihn. Die Rede ist von unserem Staubsauger und Wischroboter. Das heißt, er saugt und wischt und das in einem Arbeitsschritt. Und das so in Perfektion, der berechnet sich seine Putzwege. Schauen Sie mal, der ist ultraflach zum einen. Was natürlich schon mal schön ist, wenn Sie auch mal unter dem Tisch, unter dem Bett, unter einem Sofa putzen möchten oder saugen möchten. Ich meine, wenn Sie saugen, schieben Sie ja auch nicht jedes Mal das Sofa vor. Der ist so flach, dass er da eben drunter fährt. Das ist natürlich das erste Highlight. Jetzt drehe ich ihn mal um, damit Sie auch sehen, was der noch alles kann. Schauen Sie, der hat hier einen eingebauten Wischtank und natürlich auch hier das Tuch. Davon bekommen Sie zwei mit nach Hause. Das heißt, hier können Sie saugen und wischen in einem Arbeitsschritt. Und Sie haben hier eben diese kleinen Sensoren, damit sie natürlich auch bis in die Ecken kommen, damit er die Wollmäuse rausholt und wie zuverlässig der ist. Das zeige ich Ihnen mal. Ich mache jetzt allerdings das Wischtuch ab, weil wir wollen natürlich auch, ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie zuverlässig der eben vom Teppich eben dann auch zum Beispiel hier auf den glatten Boden fährt. Da brauche ich ja das Wischtuch nicht. So, dann setze ich ihn einmal hier auf meinem Fußboden, drücke entweder auf der Fernbedienung oder auf meinem Smartphone oder direkt hier auf unserem kleinen Freund mein Wunschprogramm. So, und das war es. Mehr muss ich nicht machen. Jetzt reinigt er für mich meinen Haushalt und das mit einer Akkuleistung von bis zu 120 Minuten. Das heißt, wenn er erkennt nach diesen 120 Minuten, dass der Akku leer ist, fährt er automatisch an seine Ladestation ran. Und jetzt schauen Sie mal, gerade sind wir hier noch auf dem Teppichboden und jetzt fährt er gleich hier auf unseren glatten Boden. Also, und das ohne Probleme. Und ich kann ihn natürlich auch jede Zeit manuell steuern. Also, manuell oder vorgegebene Programme, da macht er das automatisch. Und das ist schön, Sie selber brauchen es nicht mehr zu tun. Da haben Sie es gesehen. Und er geht sogar, schauen Sie mal, ob Wella jetzt ein Stück hier von unserem Teppich mitnimmt, er geht locker von Hartböden auf Ihren Teppichboden und reinigt das alles. Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern. Und Grundsauberkeit, das sollten wir alle viel Wert drauflegen heute, je mehr denn je. Also, und Sie haben sich dadurch verschafft, mehr Freizeit. Wenn ich bedenke, wenn ich heimkomme und denke, jetzt muss ich erst mal noch eine halbe Stunde saugen oder den Boden wischen, dann ist man schon ein bisschen schlechter gelaunt, wenn man aber nach Hause kommt und weiß, es ist schon alles gemacht durch meinen Roboter. Dann weiß man, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Und Sie bekommen mit dem kompletten Zubehör inklusive Ersatzbürsten dann natürlich auch die Fernbedienung. Und zu einem Preis, der wahnsinnig ist. Die unverbindliche Preisempfehlung, 299,95 Euro für Sie hier und heute exklusiv als Pearl TV Zuschauer, 187,58 Euro und kommt dann auch noch Porto und Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Der hat eben auch die Sensoren, die dann erkennen, okay, hier ist zum Beispiel eine Treppenstufe, ich kann hier nicht runterfahren. Das ist übrigens die Akkuladestation, die Sie gerade eingeblendet sehen. Das heißt, wenn nach diesen 120 Minuten der Akku leer ist, fährt er automatisch an die Ladestation. Sie müssen das nicht drücken. Das können Sie machen, müssen Sie aber nicht. Also das ist natürlich sehr, sehr intelligent gemacht. Und dann erkennt er eben auch mal umherliegende Gegenstände, wie zum Beispiel auch mal eine Vase oder wenn Sie so Dekorationen zu Hause haben, auch das erkennt er. Aber natürlich auch Treppenstufen oder hier zum Beispiel mal so ein Blumentopf. Das könnte Weihnachten dann auch der Weihnachtsbaum sein, wenn dann die Nadeln fallen, dass er eben auch jeden Tag einfach mal um den Weihnachtsbaum herumputzt. Und ich finde, jeder Haushalt sollte sich den Haushalt so einfach wie möglich machen. Auch Sie zu Hause und das ist eben modern. So putzt man heute nicht mehr selber, man lässt putzen und das ohne eben fremde Leute oder Haushaltshilfe ins Haus zu holen, weil das ist etwas, was immer Bayern ist und bald auch ein Familienmitglied. Und ich glaube, es gibt in vielen Familien, weil das habe ich ja selber schon live erlebt, die Diskussionen, wie oft saugt man eigentlich. Männer sagen oftmals, ach einmal in der Woche reicht. Manche Frauen sagen mindestens einmal, eher zweimal am Tag. Ich glaube, wenn man Haustiere hat, dann sowieso. Aber auch gerade für Haustierbesitzer ist sowas natürlich riesig von Vorteil. Ich glaube, jeder kennt die ganzen Haare, die überall schwirren. Und dann kann man hier sogar dreimal am Tag saugen und das problemlos. Ich höre gerade, unser Luftreiniger, unser hocheffektiver Luftreiniger ist schon sehr, sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat Christel zugegriffen. Alles richtig gemacht, Christel. Und Sie werden ihn lieben. Und auch alle anderen, die sich jetzt für diesen Staubsauger und Wischroboter interessieren, werden ihn lieben. Nochmal, Staubsaugen auf allen Hartböden. Und wenn Sie auch wischen wollen, die Option, beides gleichzeitig zu machen. Aber wie gesagt, Sie können ihn auch nur als Staubsauger benutzen. 187,58 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis exklusiv für Sie. Kommt natürlich Porto und Versand kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und wenn ich bedenke, wie viel Zeit man mit Saugen und Wischen so in der Woche verbringt, in der Zeit fallen mir so auf Anhieb so 100 Sachen ein, die angenehmer sind, oder? Ich glaube, es ist ja alles angenehmer als Putzen. Ja, Hausarbeit allgemein ist ziemlich lästig und auch gefährlich. Deswegen lassen Sie es lieber, lassen Sie putzen. Weil jetzt nicht reinigen bringen, ist ja auch keine Lösung. Man muss ja schon ab und zu mal reinigen. Und das macht hier dieser kleine Freund für Sie. Ja, also holen Sie sich Ihren neuen kleinen Freund mit der Bestellnummer NX3326 und die 569. Wie schon viele vor Ihnen, das zeigt uns ja die Platzierung. So, jetzt kommen wir zur Silbermedaille. Hier ist Ihr Platz Nummer 2. Und auch hier sage ich schon lange, muss irgendwann mal so selbstverständlich in jedem Haushalt sein wie eine Waschmaschine. Und wir sind auf dem besten Weg dorthin. Es geht jetzt aber nicht um eine Waschmaschine. Achtung, schauen Sie mal, das ist ein Haushaltshelfer, den Sie unbedingt zu Hause haben sollten. Nämlich einen Fensterputzroboter. Und ich durfte schon viele Fensterputzroboter testen. Ich habe Ihnen hier einen meiner Lieblinge mitgebracht. Denn das ist ein Fensterputzroboter. Und es steckt auch schon einen Namen. Der eben Fenster reinigt. Aber nicht nur die Fensterscheiben, sondern alle glatten Oberflächen. Er arbeitet mit Unterdruck und saugt sich somit nahezu alle glatten Oberflächen an. Ob das die Fliesen sind, der Spiegel und was Sie da eben noch im Haushalt haben. Aber das ist unser leisestes Modell. Weil viele haben natürlich auch gesagt, ja, Fensterputzen ist was Tolles. Aber ich muss das dann eben machen, wenn mal meine Kinder schlafen. Oder wenn ich zum Beispiel nebenher Fernsehen schauen möchte. Weil Sie gewinnen ja wieder mehr freie Zeit. Das heißt, währenddessen der putzt, können Sie Fernsehen schauen. Und das ist nämlich unser leisestes Modell im Sortiment. Und da bekommen Sie auch hier alles mit nach Hause. Sie haben nämlich gelbe und graue Mikrofasertücher. Die können Sie immer mal wechseln. Ja, zum Reinigen und Polieren. Die kann man in der Waschmaschine waschen. Dann bekommen Sie natürlich die Fernbedienung mit nach Hause, um das Ganze dann zu steuern. Und das sehen Sie hier noch herunterbaumeln. Das ist ein Absturzseil. Das heißt, sollte einmal Stromausfall sein, dann ist er gesichert. Und das bekommen Sie alles heute zu diesem fantastischen Preis. Und was ist noch inklusive? Natürlich jede Menge freie Zeit. Richtig. Und ich glaube, alles andere ist schöner als Fensterputzen. Und das ist Ihr Helfer. Und Fensterputzen, darf man auch nicht vergessen, ist auch gefährlich. Viele Unfälle passieren. Und zwar wesentlich mehr als auf Straßen in deutschen Haushalten. Und die meisten davon übrigens hier bei Stürzen. Wir schauen uns das auch mal an. Da sehen Sie mal die Zahlen. Und auch, was Sie auch in dieser Statistik erkennen werden, mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko, im Haushalt zu verunfallen. Und geben Sie sich oder setzen Sie sich diesem Risiko nicht mehr aus. Lassen Sie einfach auch mal die Fenster bis nach oben putzen. Steigen Sie nicht mehr auf Leitern oder Stühle, sondern Ihr Fensterputzroboter wird das in Zukunft für Sie erledigen. Zuverlässig, leise und wann immer Sie das wollen. Auch bei diesem Fensterputzroboter, oder ich möchte besser Haushaltsroboter sagen, kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von fast 500 Euro. Schauen Sie unseren TV-Sonderpreis an. 216 Euro und 49 Cent kommt selbstverständlich auch wieder versandkostenfrei zu Ihnen. Und das könnte Ihr neuer bester Freund im Haushalt werden. Schauen Sie mal auch, wie flach der ist. Also es ist jetzt auch kein großes Haushaltsgerät, was irgendwie unfassbar viel Platz wegnimmt. Es ist eben eine Erleichterung, ob Sie Dachsträgen haben, ob Sie große Fensterfronten haben, ob Sie einen Wintergarten haben, Terrassenfenster. Weil häufig so dieses auf Knien putzen, merkt man dann auch ab einem gewissen Alter. Man hat dann Kreislaufprobleme, die Knie tun weh. Oder Sie müssen irgendwie auf einen wackeligen Hocker steigen, damit Sie dann auch ganz oben an die Ränder kommen. Der ist so flach und natürlich kommt er auch perfekt dank seiner Bauweise an die Kanten ran, kann somit perfekt ausreinigen. Und Sie müssen nichts machen. Sie müssen nicht mal mehr zum Beispiel die Blumen aus dem Fenster räumen, weil durch diese flache Bauweise, wie Sie hier sehen, kommt er spielend einfach überall dran. Und wie gesagt, es ist unser leisestes Modell. Wenn Sie Kinder haben oder sagen, ja, wenn ich mich schon für so ein Gerät entscheide, möchte ich das natürlich auch nutzen, indem ich mal ein Buch lese oder einfach mal die Zeit für mich genieße, dann ist das hier unser leisestes Modell. Ja, und gerade auch Fenster sind ja die Visitenkarte nach außen. Und wenn die Nachbarn mal sagen, oh, Fenster können Sie auch mal wieder putzen. Oder Schlimmste ist ja, die Schwiegermutter kommt und sagt, oh, Liebling, die Fenster sehen aber auch so aus, als könnten Sie mal wieder geputzt werden. Das ist so die Höchststrafe. Kann nicht mehr passieren. Machen Sie es sich aber leicht, schruppen Sie nicht selber stundenlang und riskieren Sie sogar Verletzungen, wenn Sie sich mal aus dem Fenster rauslehnen müssen. Weil das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Ich habe so ein Dreifachfenster, links und rechts ist offenbar, das mittlere aber nicht. So, wenn ich das aber von außen putzen will, muss ich mich nach außen lehnen. Und wie oft haben wir alle schon in der Zeitung gelesen, Mann oder Frau beim Fenstertürzen abgestürzt. Und das wollen wir alle nicht mehr. Auch bei diesem Fensterputzroboter ist die Nachfrage so groß im Moment, dass wir auf den allerletzten Stückzahlen sind. Da sehen Sie es auch eingeblendet. Deshalb hier bitte schnell sein, wenn das Ihre Nummer 1 werden soll als Haushaltshelfer und Sie sich mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit und auch mehr Zeit verschaffen wollen, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer, die NX 3329 und die 569. Der TV-Sonderpreis für Sie 216,49 Euro. Und wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,95 Euro. Aber der Mehrwert für Ihren Haushalt, der ist eigentlich gar nicht in Euro zu beziffern, oder? Das stimmt. Also überlegen Sie mal, wie viel Zeit man mit Fensterputzen verbringt. Ist es die Innenseite des Fensters, die Außenseite, man muss vorreinigen, nachpolieren, mit einem Lederlappen, mit der Gummiabziehlippe. Also das ist ja auch super körperlich anstrengend. Und diese Zeit gibt dann ja keiner mehr wieder. Die Zeit, in der man zum Beispiel auch mal mit den Kindern spielen könnte. Also mir fallen tausend andere Sachen ein, aber bitte keine Fenster putzen. Ja, und man kann auch mal, wenn es dunkel ist oder wenn andere sogar schlafen, ein Fenster putzen, weil es auch noch leise ist. Und man braucht kein Tageslicht, weil wenn ich normal Fenster putze, muss ich was bei Tageslicht machen, weil sonst alles voller Streifen ist. Der putzt im Hellen wie im Dunkeln streifenfrei und sehr, sehr leise. Die Bestellnummer ist die NX 3329 und die 569. Und Sie nutzen natürlich wieder den TV-Sonderpreis. So, jetzt ist es aber soweit. Wir sind am Ende unserer Top 10. Ein Platz fehlt natürlich noch, und zwar der Spitzenreiter. Hier ist Ihre und unsere Platz Nummer 1. Und hier weiß ich aus bestinformierter Quelle, das ist nicht nur Ihre Nummer 1, sondern auch Ann-Kathrin's Nummer 1, oder? Ja, mein Platz Nummer 1, vielen Dank. Den habe ich mir im Sommer gekauft und ich muss Ihnen sagen, wow, mein gesamter Haushalt glänzt dank dieses kleinen Freundes hier. Es ist ebenfalls ein Fensterputzroboter, aber ein ganz besonderer. Denn er arbeitet hier gleichzeitig noch nass. Also er hat einen eingebauten Wassertank, den Sie jetzt hier sehen. Und da füllen Sie jetzt einfach hier die Reinigungsflüssigkeit ein. Ist übrigens mit dabei. 250 Milliliter werden hier hineingefüllt. Und das in Originalgröße und Originalherstellerqualität. Das heißt, hiermit erzielen Sie beste Reinigungsergebnisse. Und das ist schon mal toll. Das heißt, Sie müssen auch nicht mehr vorwischen. Das heißt, das macht ja alles in einem Arbeitsschritt. Und ich habe mich auch bewusst für dieses Modell entschieden, weil es ist ein Markengerät aus dem Hause Hobart. Und ich finde, bei Markenprodukten, das gibt dann immer so ein sicheres Gefühl. Markengeräte werden regelmäßig getestet. Und auch der wurde schon getestet und wurde hier ausgezeichnet mit dem Innovations-Award 2019. Hier sehen Sie übrigens mal diesen Sprühstrahl, wie fein dosiert der auch ist. Das heißt, diese 250 Milliliter, da werden Sie lange Freude damit haben. Und Sie bekommen außerdem noch drei gelbe Mikrofasertücher heute geschenkt. Das heißt, wenn er zu Ihnen kommt, auspacken, loslegen und sich an den sauberen Fensterscheiben erfreuen. Aber nicht nur die Fensterscheiben, sondern auch hier wieder fließen. In der Küche, im Badezimmer, aber die Spiegel natürlich auch. Oder die Duschkabine, die Glasfront. Man hat ja mittlerweile so viele glatte Oberflächen oder der Kleiderschrank. Deswegen sage ich, der kann den gesamten Haushalt putzen. Ja, und das jetzt nicht für 799 Euro. So ist nämlich die unverbindliche Preisempfehlung, sondern für gerade mal 329,46 Euro. Er war lange, lange ausverkauft. Jetzt ist gerade die neue Lieferung gekommen, aber die ist auch schon wieder bald weg. Also hier bitte schnell sein. Und ganz stolz sind wir eben auch auf diese Kooperation mit Robot, einem der Weltmarktführer, wenn es um Reinigungsroboter geht. Und die werden uns aus den Händen gerissen. Und ich habe es vorhin mal gesagt, ich habe ja irgendwann mal gesagt, es muss irgendwann mal so selbstverständlich werden, dass man Fensterputzroboter hat im Haushalt wie eine Waschmaschine. Warum ich das immer mit einer Waschmaschine vergleiche, ist ganz einfach. Am Anfang haben sich ganz, ganz viele Frauen gewehrt gegen Waschmaschinen. Und das ging recht lange, bis die Waschmaschine Einzug erhalten hat. Heute kann man sie nicht mehr wegdenken. Und so wird es irgendwann auch mal mit Fensterputzrobotern sein, die weit mehr sind als nur Fensterputzroboter. Innovation Award 2019 ausgezeichnet. Und was ich schön finde, ist eben, du musst ja gar nichts mehr machen. Also auch nicht vorreinigen oder irgendwie irgendwo Wasser auftragen. Das macht er alles bis in die letzten Ecken. Ob es Panoramafenster sind, ob es Wintergärten sind, ob es Dachschägen sind, ob die Fenster innen oder außen gereinigt werden. Oder dann natürlich Spiegelflächen, Fliesen, in Bad, im WC. All das reinigt er und nimmt Ihnen die Arbeit ab. Und das auch noch zum fantastischen TV-Sonderpreis. Ja, und für den Preis ist alles dabei. Da müssen Sie nichts mehr separat kaufen. Auspacken, loslegen. Nochmal, da sind sogar drei gelbe Mikrofasertücher dabei. Die Reinigungsschlüssigkeit in Originalgröße und Herstellerqualität. Die Fernbedienung, das Absturzseil. Alles, was Sie benötigen. Und hier sehen Sie das übrigens bei mir zu Hause. Ich liebe diesen Fensterputzroboter. Man sieht es auch bei mir. Ich wohne relativ ländlich. Und anhand der Kleidung und des Wetters da draußen sieht man auch, ich habe mir den im Sommer gekauft. Und seitdem putzt er bei mir unermüdlich jeden zweiten Tag. Ja, und das ist schön. Und ich weiß nicht, ob du den Satz auch kennst. Fensterputzen macht Spaß. Ich könnte stundenlang zuschauen. Aber hier brauchen Sie kein schlechtes Gewissen haben beim Zuschauen. Weil der Roboter, der macht das gern. Der braucht keinen Urlaub. Der hat keinen Feierabend. Er macht das immer, wann Sie es möchten. Und jetzt sehen wir auch hier Spiegelflächen. Das ist bei euch Frauen oftmals auch ein Problem. Haarspray ist jetzt als Stichwort, oder? Ja, also gerade so Haarspray ist echt undankbar. Aber das kennen wir. Aber nicht nur jetzt Haarspray. Ich denke da natürlich auch, wenn man so Kinder hat, die ja ständig auf die Spiegelfronten vom Kleiderschrank auch mal greifen. Gerade wenn man fertig ist, zum Beispiel auch mit Fensterputzern, kommen die Kinder und quetschen da ihre Hand dran. Oder der Hund womöglich noch die kalte Nase. Kennt man, oder? Kennt jeder, oder? Auch im Bad natürlich die Zahnpasta-Spritze oder ähnliches. Und hier, schauen Sie auch mal. Das finde ich jetzt auch ganz interessant, was wir hier sehen. Die Fliesen enden ja irgendwann mal. Und da kommt Raufasertapete. Und da denkt man, oh, da muss ich aufpassen. Aber schauen Sie mal, was er dank seiner Sensoren macht. Weil jetzt kommen wir gleich an die obere Kante. Da ist er. Und Sie sehen, er kehrt um. Und das geht spielend einfach. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für unseren Platz Nummer 1 für diesen Fensterputzroboter oder Haushaltsroboter, der Superlative. Das ist nämlich die NX 6057 und die 569. Und der TV-Sonderpreis ist auch unglaublich günstig. 329,46 Euro. Und das ist eine einmalige Anschaffung. Dann hat man viele Jahre Freude damit. Und man selber schafft sich eben Freizeit, mehr Lebensqualität und auch, und das darf man gar nicht unterschätzen, gerade auch mit zunehmendem Alter, mehr Sicherheit bei der Hausarbeit. Ja, und es ist alles dabei. Ich finde diesen Preis so genial. Weil normalerweise müsste ich ja alles separat kaufen. Hier sehen Sie das komplette Zubehör. Das gibt es heute alles gratis noch mit geschenkt. Also nicht nur ein Markengerät aus dem Hause Hobart, der eben auch noch der Gewinner des Innovationsawards 2019 ist, sondern die Reinigungsflüssigkeit in Originalgröße und Herstellerqualität. Dann natürlich auch die Mikrofaser. Natürlich ist alles dabei für Sie. Ja, das ist unser Platz Nummer eins. Da ist die Anfrage riesengroß. Auch diese Lieferung schon fast ausverkauft. Und viele unserer Top-10-Produkte sind schon gerade wieder stark nachgefragt. Unser Stabanzünder für Kerzen hat unter anderem die Angelika zugegriffen. Unser Luftreiniger in den drei Reinigungsphasen. Genauso wie unsere Heißluftfridöse am Anfang der Sendung. Sie haben hoffentlich Ihre neuen Haushaltshilfe gefunden. Mein Tipp nochmal, den Delfin als Dosenöfter, den sollten Sie auf keinen Fall vergessen. Und jetzt gehen Sie bitte ans Telefon. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihren neuen Produkten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.